SWR 2 Zeitwort Dieser Mann macht es Nachgeborenen nicht leicht. Herr von Spur. Struwe reicht. Die Adelstitel sind schon bald nicht mehr wichtig. Und womit kann ich helfen. Im ehemaligen Gasthaus Salmen in Offenburg, heute ein Erlebnis- und Demokratielernort, gibt ein Schauspieler in einem Film den Diplomatensohn und Juristen Gustav Struwe. Denn durch den Salmen wird Struwe bekannt. Er ist Mitautor der 13 Forderungen des badischen Volkes, die am 12. September 1847 in dem Gasthaussaal verkündet werden. Heute Selbstverständliches, wie Selbstregierung des Volkes, Meinungs-, Presse- und Gewissensfreiheit, ist damals revolutionär. Nicht nur sein Freund, der Volkstribun Friedrich Hecker, bringt Struwe auf solche Ideen, sondern auch seine bessere Hälfte. Darf ich Ihnen meine Frau Amalie vorstellen? 1845 haben der 17 Jahre ältere Struwe und die Tochter eines Mannheimer Sprachlehrers geheiratet. Was die Revolution im Frühjahr 1848 auch bringt, ob Märzunruhen, Vorbereitung der Frankfurter Nationalversammlung oder bewaffneter Aufstand unter Hecker in Baden, das Paar geht gemeinsam durch dick und dünn. Vor allem stärkt die gebildete und emanzipierte Amalie ihrem Gustav den Rücken. Er war Vegetarier und Anti-Alkoholiker. Berichtet der Lörracher Regionalhistoriker Hubert Bernhard über einige Besonderheiten Struwes für die damalige Zeit. Das war natürlich jetzt im Markreffler Land nicht unbedingt sehr populär gewesen. Aus der Region um Lörrach müssen die Struwes fliehen, als Ende April 1848 der Heckeraufstand scheitert. Allerdings akzeptiert Gustav Struwe keine Niederlagen. Er wartet im Exil in Frankreich auf seine Chance. Als in Frankfurt im Umfeld der Nationalversammlung Straßenkämpfe aufflammen, scheint sie da. Struwe wagt am 21. September 1848 einen zweiten Revolutionsversuch in Baden. Man hat dieses Datum gewählt, weil am 21. September 1792 in Frankreich zum ersten Mal die Republik ausgerufen worden ist. Ein symbolisches Datum in Lörrach war an dem Tag Markt. An den Grenzen werden damals nur Waren, nicht aber Personen kontrolliert. So gelingt der kleinen Gruppe um die Struwes die Rückkehr nach Deutschland. Erst in Städten, dann in Lörrach, vereinigt sie sich mit lokalen Bürgerwehren. Gegen 18 Uhr ruft Struwe vom Balkon des Lörracher Rathauses die Deutsche Republik aus. An der Außenwand des Gebäudes, heute Sitz der Volkshochschule, würdigt eine Inschrift das Ereignis. Hoch zum Balkon im ersten Stock, mit dem Blick Richtung Marktplatz sind es nur ein paar Meter. Gustav Struwe verkündet von hier die Parole Wohlstand, Bildung und Freiheit für alle. Seine Deutsche Republik ist links und sozial, fordert zum Beispiel das Missverhältnis von Arbeit und Kapital auszugleichen und eine progressive Einkommenssteuer. Trotzdem ist das Echo mau. Anders als Hacker hat Struwe null Charisma und er droht mit Zwangsrekrutierungen, lässt öffentliche Kassen plündern, übersieht, dass in der Gegend gerade Weinlese ist und die Menschen keine Zeit für Revolution haben. Am schwersten aber wiegt die militärische Unterlegenheit. Nach einem desaströsen Gefecht seiner Miliz bei Staufen wird Struwe am 25. September festgenommen. Der Langen-Zuchthaus-Strafe, zu der er im Frühjahr 1849 verurteilt wird, entkommt er zwar nach wenigen Wochen durch Flucht, doch bleibt dem Ehepaar nun nur das Exil in den USA. Er schreibt hier eine Weltgeschichte, die kein Erfolg wird. Sie stirbt 1862 bei der Geburt der zweiten Tochter. Als Witwer kehrt Gustav Struwe zurück nach Rheinfelden, Stuttgart, Coburg, um den Despotismus zu bekämpfen. Ein Idealist. Er stirbt verarmt 1870 in Wien. Wolfgang, auf hoher aus der Zeit und den differential cuenten. Er schjaht sich nicht,